Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft VG mit der Ria Hallo Und die Meef Hallöchen Ich hau mich nicht so ins Ohr Die Julia ist in der Aufmerksamkeit auch dabei, nur nicht in der ersten Folge Die wird gleich dazu stoßen Vielleicht platzt sie einfach rein, wer weiß es nicht So, wir... Ey guck mal, jetzt soll ich nur noch 277 leben Okay Mange... Was für ein Dach haben wir eigentlich grad? Was müssen wir hier ähm... Was guckst du? Der Mond! Geil! Ich geh wieder rein, gute Nacht Jetzt hab ich auch gar nicht gedacht Wir haben den 7. April Oh, den 7. April Ja Ein 7. April Ja, 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 das ist gut Ah, ich weiß wieder was ich machen wollte Limestone brauchen wir immer noch, ne? Ich bin ja letztens so viel rumgerannt und ich hab keinen Limestone gefunden Was machen wir jetzt ohne Limestone? Können wir da auch Zitronen reinschmeißen, ist das das gleiche? Ich würde fast am überlegen Wir brauchen eh noch Kupfer für die Sägen und so Haben wir kein... Kann wir keins mehr Ja, aber sobald Juni da ist, dass ich dann mal aufmache Ich hab die... die... die Molds aus Clay schon gemacht, ich muss die nur... Ja, aber du musst doch um dich um die... um die... um die... um die ähm... Felder Naja, wenn's angepflanzt ist, kann ich eh nicht mehr so viel machen Außer warten Das stimmt So, willst du dann meine Bergarbeiter-Rucksack und meinen Schiffer-Rucksack mit haben? Brauch ich nicht Ja, dann kannst du mehr transportieren Ja, wenn ich mein Metall frei hab, kann ich auch Also das hab ich ja noch, ich hab noch 16 gediegenes Kupfer, noch 16 gediegenes Kupfer und noch 11 gediegenes Kupfer Guck grad mal nach dem Weizen und... okay Und noch ein bisschen Kupfer hab ich noch 30, 30... Warten sind bei 15% die... ja... Also ich brauch... Äh... Ist nicht das richtig, dass ich 100 Einheiten Kupfer brauch? Das weiß ich nicht, dann musst du die fragen, die sich damit auskennt Wann haben wir denn hier so nen Weg drüber? Wann wachsen da Bäume drauf? Ja, erstmal muss ich meinen, äh... Ist das hier der weiße Zupressen-Weg, ja? Warte mal, wir haben einen Weg? Ja, hier durchs Wasser da, hier weiße Zupressen-Weg, genau, der da Alles klar Der unterbricht, das ist natürlich schlecht Ja, das ist wohl warm So, Limestone, wo finden wir Limestone? Limestone We don't need no Limestone Ja, 100 Einheiten brauch ich Da sind, äh, hier sind, ähm, Eichhörnchen Hier sind, äh, Blumen an unseren, äh, irgendwelchen Büschen hier Jam, jam, jam Es werden immer mehr hier Wie geil Ah, großartig Also Fässer haben wir genug Aber das ist doch, ist doch jetzt, dass wir keinen Limestone... Ey, was sind denn wie die Bäume hier oben, du hast bitte? Gute Frage Ja, du musst sie nur angucken, die sind, die sind halb, halb braun, halb grün Aber manchmal links, manchmal links und manchmal quer Ich komm's mal anschauen Oh, 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 oh Gott, Wasser Huh Äh, räume, räume Kommst du, kommst du von meinem Turm hoch Ja Da fällt mir ein, wir könnten eigentlich von meinem Turm aus noch hundert Treppe runter zu dem Feldherrm machen Das könnten wir tun, ja Da hier, guck, hier hinten, siehst du, guck mal Der ist halb, halb so und der ist halb so Ganz ehrlich, ich muss echt nicht Verstehst du? Alles klar Und der da hinten ist halb so und halb... Ich verstehe es nicht, ich checke es nicht. Guck mal, der ist jetzt oben und an der Seite grün geworden. Der ist gerade grün geworden, vom Braun auf grün gewechselt. Okay, alles klar. Ja, läuft bei den Bäumen. Die laufen vorbei und die ändern die Farbe, alles klar. Was ist, wenn ich ein Blatt abbaue? Oh, guck mal, wenn ich ein Blatt abbaue, ist es direkt grün geworden, der ganze Baum. Machen wir so ein braunes Blatt ab. Macht jetzt irgendwie... Warte mal. Ach, ich frag mich. Boah, ihr kriegt alle grün geworden, guck mal, auf Einschlag geht. Nee, Mann. Die war gerade noch braun. Der hat gerade alle so weit hier grün geladen. Ja, ist egal, komm. Nee, das ist ein ganz anderer Baum. Egal, komm, lassen wir es. Wir werden nicht mehr durchblicken. Die heißen Quellen. Ich frag mich immer, ob wir Limestone herkriegen. Limestone, Limestone, Limestone. Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, wir brauchen es unbedingt. Ansonsten ist nichts mit Halbarmachen. Hier gibt es immer nur Kreide. Ich weiß aber nicht, wie weit ich noch rennen soll. Das ist auch irgendwie blöd. Weil oben waren wir schon extrem weit. Hier liegt auch ein bisschen Schnee. Und da war kein Limestone. Und ja. Ich habe mal durch die Kommentare gelesen. Vielleicht hat mir einer was da runtergeschrieben. Aber ich weiß es nicht. Ich hatte keinen... Ich hatte die Woche, war irgendwie ein bisschen... Gut vorbereitet, wie wir alle. Ja, durch die Gamescom ist ein bisschen Zeit verloren gegangen, ne? Das ist so. Du warst ja doch nicht mehr da dann. Mief. Ja, Tickets ausverkauft. Ich bin reingelangen... Selben Dach noch reingegangen. In den Webstore. Und war alles weg. Am nächsten Morgen auf dem Anruf. Ja, ausverkauft. Hat sich nichts geändert soweit. Komisch. Die Tickets, die zurück haben, sind anscheinend direkt weggegangen. Oder wurden halt reserviert. Ja. Man weiß es nicht. Sonst hätte ich es wahrscheinlich noch geschafft. Sammelt mal Kupfer. Kupfer. Hm. Konderteinheiten. Ich habe noch 16, 16 und 11. Wenn ich auf meinem Weg der Limestone-Suche Kupfer finde, dann... Weil ich das einsammel. Und ich finde immer nur Kreide. Kreide, 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 Sand. Das ist ja empty Apache, ich finde es saum. Ja wie, jetzt ganz oder nicht ganz? Eigentlich wollte ich diese Folge nicht rumrennen, aber ohne Limestone werden wir nichts haltbar machen können. Und das ist ein bisschen kaka. Ich habe gelesen, Limestone soll an der Oberfläche sein. Wie mache ich das flüssig? An der Oberfläche. Was willst du flüssig machen? Das kaka, wie mache ich das? Naja gut, ich muss ja jetzt erstmal warten, bis meine... Meine, äh... ...Sägeschalen. Äh... So, ich brauche auf jeden Fall mal ein Messerchen. Ach, blöd bin ich, blöd bin ich, blöd bin ich. Ich habe gar keine Stöcker. Hallo, Stöcker. Ich bin doch hier mitten im Wald, da muss ein Stock sein, da zum Beispiel. Danke, geben wir den. Ein Messerchen, ein Messerchen. Du, 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 du. Ja, 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 ein Messerchen. Du, 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 du. 13, 13, 13 Prozent, okay. Jetzt wächst der Kram aber echt schnell. Das ist so gut. Das Problem ist, wir können es nicht haltbar machen. Ja, das ist, äh... Also entweder brauchen wir Salz, was auch nicht einfach ist. Oder Limestone. Und auch nur dann, ich weiß auch nicht nur hundertprozentig, wie das geht. Da muss ich, äh, ausprobieren. Ja, das wäre, wo wir müssen testen. Ja, aber ohne, ähm... Ohne, äh, Limestone brauchen wir da nix testen. Ohne Limestone können wir nix testen. Das ist wohl... Ja, ja. Das ist es halt, das ist es halt. So, wir können mal das zusammenklappen. Dann können wir das zusammenklappen. Dann können wir das noch zusammenklappen. Dann können wir das noch zusammenklappen. Dann können wir das noch zusammenklappen mit denen. Dann haben wir wieder ein bisschen Seetank. Das ist gut. So, weiter geht's. Boah, ist ne Eichhörnchenfamilie. 17 Stück oder sowas, keine Ahnung. Eichhörnchenfamilie. Sand. Hier liegt ein Stück Sand rum und der Baum fliegt in Luft. Alles klar. Ja, was gibt's hier? Limestone? Nein, Kreideblocken. Kreideblocken. Blocken. Blocken, Blocken. Sprachfehler. Kreideflocken. Blocken, Wocken, Wocken, Zocken. Also, Aua. Irgendwie ekelig. Hier ist ein Stück helles Wasser. Interessant. Marmor. Ich hab schon wieder Marmor gefunden. Warum können wir nicht Marmor dafür benutzen? Dass wir rauskürden. Blablub. Ach, deswegen. Mhm. Genau. Ich verstehe. Aber bist du jetzt endlich mal fertig? Nein, noch nicht. Mann! Tut mir leid. Wir haben noch gar nicht angefangen. Eben. Warum sollen wir schon fertig sein? Was ist denn gemein? Ich mein nicht euch. Achso. Ich bin komplett, also, Früchte null, Grain null, Diary null, Protein hab ich so. Wo sehe ich das? Was muss ich drücken? E und dann hast du da dieses Medizinschlängelchen da. Das ist, ne, Dings da. Da unten. Das Dings. Also, ich bin alles voll. Ich weiß nicht warum, aber ich bin alles voll. Das ist in den guten Seetang. Ja, ja. Oh, oh, oh. Ja, Früchte hab ich voll. Bei mir ist auch alles so gut wie rot. Wie viele Lebenspunkte hast du, Meef? Also, ich hab 242. Ich hab 824, also, noch geht's. Warum hab ich so? Ich hab 1050. Ich halte mich wohl gut über Wasser. Vielleicht sollte ich mal wieder auf der Kündungsflug gehen, dann sterbe ich. Ist ja auch lecker Seetang. Wir verrecken häufiger. Pssst, das ist das Geheimnis. Pssst, sag's aber keinem weiter. Wir verrecken. Nachts verreckte Sau. Was? Ähm, so, ein Boot bauen war aus Planken, ne? Nein? Bei Julia ist sogar noch ein Boot im Inventar. Ach, ich muss mal wieder Neues bauen. Ich hab nur kein Trinkwasser mehr. Ich sollte vielleicht erst mal mehr Trinkwasser suchen. Da ich sowieso gerade bei unserem Zuhause bin fast wieder, weil ich einmal um die Insel jetzt unten rumgerannt bin. Kann ich mir da eben schon was füllen? Oder kann ich mein Trinkwasser vielleicht auch hier auffüllen? Aber ich glaube, das ist Salzwasser. Das geht wahrscheinlich nicht. Nein, das geht natürlich nicht. Empty. Empty ist auch da mehr. Empty. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Wir können Fleisch räuchern, aber das, äh, es kann auch sein, dass wir Obst räuchern können. Da müssten wir nur mit ein paar Lagerfeuer und darüber so eine Schnur spannen. Was ist denn ein Lagerfeuer? Ja, Lagerfeuer habe ich hier genug reingebaut. Ja, da muss so eine Schnur gespannt werden drüber und dann muss das Feuer die ganze Zeit anbleiben und dann kann man das räuchern. Ob das mit Obst geht, weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. wie deine Gänsen. Geräuchert ist Obst. Ich bitte dich. Aldo, ich mache alles damit haltbar ist. Gieste. Hier brennt's. Ja, ich sagte, das Feuer bitte lasst du. Dann lasst du doch. Können wir schlafen gehen? Ja. Ja, ja. Gut. Gute Nacht. Ich schlafe am Lagerfeuer. Ich auch. Na, dann schlafe ich auch da. Ihr schlaft unter dem Lagerfeuer. Moin. Moin. Oh, ich hoffe, es ist mein Feuer nicht ausgegangen. Also ohne, dass es fertig ist. Nein, nein, das Feuer ist nicht ausgegangen. Kies. Doch. Dann hast du nicht genug Holz reingelegt. Achso. Achso, es ist gebrannt. Ich fahre jetzt mal in diese Richtung. Sind wir schon mal weggefahren hier von hier aus? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, ich habe Samolz gemacht. Wo hast du das? Um die Sandbank drumherum schiffen. Schiffen. Das, ähm. Was möchtest du? Das Kupfer? Ja. Hab ich meinen Rucksack. Du bist lau. Regst mich hier. Äh, komm zum Anfang der Sandbank. Sandbank. Bandsand. Kennst du? Nee. Ich weiß, jetzt nicht, wo in welchen... Bei Miefs Felder raus. Bei den Feldern hinten raus. Aha, ich kann mein Boot nicht steuern. Ich bin so blöd gerade. Mh. Äh. Ich komm nicht mehr dahin. Du solltest sowieso nicht mit vollem Inventar immer losziehen, du Keks. Ich habe kein volles Inventar. Nur so ein bisschen. Ja, bloß die. Das ist doch drei Slots frei. Ich bin fast... Ne, wieso? Das ist alles im Rucksack. Das kommt so. Ich meine, Inventar ist frei. Ja, da sollte der Rucksack auch frei sein. Ja, ich bin bei Mief. Ja, weiter auf die Sandbank. Upp, da ist mein Boot abgekommen. Äh, äh, äh. So, hier. Da muss ich mal raussuchen. Was brauchst du denn? Du brauchst, du brauchst... Ich seh dich nicht. Ganz vorne. Ach, da. Du brauchst... Du brauchst hier... Kupfer brauchst du, hast du ja gesagt. Oh, Kupfer hab ich rausgeschmissen. Oh, scheiße. Weiter vorne, weiter vorne. Ja, hilf mir mal jemand. Ich bin im Öl. Warum rennst du nur durchs Öl? Sollst du auf dem Anfang bleiben. Ich wollte drüber springen. Wie komm ich nachher in meine Sachen, Mann? Ja. Wo bist du denn? Du bist doch da. Ja, ich bin im Öl. Ich komm da nicht raus. Hallo. Hallo. Da ist die Uda. Mief, komm mal hier rüber. Hoh mal eben das Kupfer für die Dings ab. Schwimm mal hier rüber. Hier rüber schwimm einfach. Das Öl zu. Das Öl machen wir nicht zu. Das brauchen wir später nochmal. Ähm, ich will mein Zeug haben. Mach das Öl zu. Das kann man nicht zumachen. Wie willst du das zumachen? Ja, zugraben. Das ist mitten am Wasser. Wie viel Erde willst du da hinschütten? Der ist entlockt tief. Was? Ich bin da gestorben. Ich hol es ab. Ich stehe aus dem Off-Wunsch. Deinen wunderschönen Tag. Hallo, Julia. Hallo. Hallo. Du bist ja doch noch fast rechtzeitig zu der Folge. Wie lange ist die denn schon? Eine Minute noch. Die ist noch eine Minute. Nein. Hallo, du bist da. Ja. Hier in der Inseln. Vielleicht ist da Limestone drauf. Ich gehe gucken. Wir brauchen unbedingt Limestone. Limestone, Limestone. Limestone, Limestone. Die Julia Connect ist jetzt. In der nächsten Folge ist er dann ganz dabei. Irgendwie komme ich so vor, als wäre ich schon seit 15 Folgen nur Wanderschaft oder sowas. Aber wir brauchen Limestone. Es hilft alles nix. Na ja. Wo ist mein Boot jetzt? Komm her. Die Folge ist aber jetzt auch zu Ende, ne? Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss. 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 Tschüss.